Sagt der zugekosten Bitch, ich bin mein Traum Sagt den Huren, Föne, ich bin der Baron Mach aus einem Undi eine Million Hey Hier moin Leute, Grind am Start Hier für euch heute auf Miguel, seinem Kanal Und ich hatte das Video gerade schon einmal aufgenommen Aber da ich meine Videos, also meine Kommentare nicht cutte Kam gerade so eine Werbung von McAfee rein Und es hat so einen scheiß Sound gemacht Deswegen nehme ich es einfach nochmal für euch auf Und ja, falls ihr jetzt irgendwie krasse Audioqualität oder einen guten Kommentar erwartet Könnt ihr euch selber mal ganz gediegen ins Knie ficken Werden eigentlich auch Gameplayerspieler Aber, ja, Miguel hat mich gefragt, ob ich nicht mal Bock habe einen Kommentar über ihn aufzunehmen War natürlich auch nur ein Prank, hat mich selber eingeladen Weil ich Subs brauche Falls ihr wollt, könnt ihr natürlich gerne vorbeischauen Video positiv werden und mich abonnieren Und, ja, soviel dazu Gameplay-Mittagrund wird irgendeine Fast-Nuke sein Deswegen habe ich nicht allzu viel Zeit Weiß nicht, ob ich das gerade schon erwähnt habe, aber habe ich gerade schon mal aufgenommen Und kann mir jetzt ab und zu wiederholen Weil ich nicht weiß, wann ich was erwähnt habe Ähm, ja, auf jeden Fall Miguel hat jetzt ein bisschen länger schon jetzt mehr hochgeladen Ähm, lag dran, dass YouTube eine Daumenfaser hat Deswegen hat er eine Zeit lang jetzt hochgeladen Und jetzt war er die letzten zwei Wochen oder drei Wochen, glaube ich, im Urlaub Weiß nicht, wie lange das war Auf jeden Fall war er in Polen, hat ein paar Autos geklaut Dies, das kennt ihr ja auch sicher Und, ja, jetzt ist er wieder zurück zum World War II Wird durchgestartet Und, ähm, schreibt mal gerne in die Kommentare Was ihr in Zukunft zu sehen wollt Live-Commentaries oder, ähm, was so genau Oder mehr Gast, ähm, Commentaries, sag ich mal Ähm, natürlich nicht von mir Das ist jetzt eine einmalige Ausnahme Müsst ihr euch nicht nochmal geben Ähm, aber schreibt einfach mal in die Kommentare Und lasst natürlich eine positive Bewertung da Ähm, ja Vielmehr habe ich jetzt gar nichts zu sagen Gameplay ist gleich zu Ende Also haut rein, Leute Und, ciao Musik